Dieses Haus sieht sch*** aus. Wir fangen mal mit dem Dach an. Ein paar Überhänge und etwas Farbe. Seitenfenster. Ein kleiner Anbau. Mit Mini-Seitenfenster. Wir teilen das ganze Haus mal in zwei Bereiche. Unten Stein, oben Holz. Etwas Textur für den Stein. Oh, ein paar Schniekelstützen. Okay, wo wir schon dabei sind, ein paar mehr Stützen. Ich finde, es muss noch mehr Dachfenster sein. Fensterchen. Und dazu natürlich Fensterbretter und Fensterläden. Das Dach hängt jetzt noch weiter über. Es kann nie genug Dachschrägen geben. Hier kommt übrigens die Tür hin. Die Ränder vom Dach müssen dicker. Jetzt haben die Dachfenster auch etwas mehr Textur. Sehr schön. Wir haben jetzt noch einen Kamin. Ein bisschen Grünzeug. Dass das hier nicht symmetrisch ist, regt mich gerade viel zu sehr auf. Ich konnte das nicht mit anschauen. Wir haben jetzt stattdessen einen kleinen Balkon. Langsam wird das Ganze hier echt gemütlich. Als Deko noch ein paar Arbeitsblöcke. Und ein paar Mini-Details mit Schildern. Ein Spinnenwebchen. Blumen, einfach weil wir es können. Rote Beete. Wurzeln und Lianen. Lasst mich gerne wissen, was ihr anders gebaut hättet.